Hi! Ich zeige euch in diesem Video, wie man prüfen kann, ob ein Punkt auf einer Parabel liegt. Und dazu müssen wir diesen Punkt einfach nur einsetzen. Und zwar besteht der ja aus einer x-Koordinate und einer y-Koordinate. Und für alle x, die ihr hier jetzt in dieser Gleichung finden könnt, setzen wir die minus 1 ein. Also da und da. Da kommt die x-Koordinate rein. Und die y-Koordinate kommt überall da rein, wo ihr ein y findet. Das ist sehr überschaubar, nämlich nur auf der linken Seite. Und dann rechnen wir das aus und schauen, ob da was Wahres steht. Also ob da steht 5 gleich 5. Dann liegt der Punkt auf der Parabel. Wenn da zum Beispiel steht 5 gleich 7, dann ist das ja definitiv falsch. Und dann liegt der Punkt nicht auf der Parabel. Aber gehen wir das einfach mal durch. Für y wird, wie gesagt, die y-Koordinate eingesetzt. Das sind minus 6,5. Das steht dann auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite, da wird für das x jetzt die minus 1 eingesetzt. Aber die anderen Zahlen muss man natürlich auch noch mit beachten. Also minus 1,5 stand vorne dran. Das muss natürlich auch wieder da stehen. Dann war das ja mit einem Mal verbunden. Das muss natürlich auch wieder sein. Und jetzt wird die minus 1 für das x eingesetzt und quadriert. Also die minus 1 soll quadriert werden. Deswegen setzt das immer schön in Klammern, was ihr da einsetzt, damit auch schön alle Vorzeichen ordentlich behandelt werden. Danach geht es mit der plus 4 weiter. Und auch hier setzt die minus 1 in Klammern, damit es passt. Also 4 mal x. Für das x wird minus 1 eingesetzt. Und hinten, die minus 1, die bleibt natürlich. Die muss man, da wird nichts verändert. Die stand ja vorher genauso drin. Auf der linken Seite können wir nichts mehr vereinfachen. Das bleibt so stehen. Aber auf der rechten Seite sind jetzt noch viele Klammern. Dann, entweder ihr tippt es jetzt einfach alles so in euren Taschenrechner ein, wenn ihr dürft. Wenn ihr es aber im Kopf machen müsst, dann müssten wir jetzt so da durch. Erstmal lösen wir die Klammern auf. Minus 1,5 würde mal so stehen bleiben. Aus dem minus 1 zum Quadrat wird, also minus mal minus ergibt ihr wieder plus. Das heißt, da kommt was Positives raus. Und 1 zum Quadrat ergibt auch wieder 1. Also minus 1,5 mal 1 steht da eigentlich. Dann 4 mal minus 1. Da kommt ja was Negatives dann raus. Das ergibt nämlich minus 4. Und hinten noch die minus 1. Dann haben wir auf der linken Seite immer noch die minus 6,5. Und auf der rechten Seite minus 1,5 mal 1. Kann man ja auch weglassen. Also minus 1,5 minus 4 minus 1. Das sind tatsächlich minus 6,5. Und jetzt steht da was Wahres. Also auf der einen Seite steht genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Und deswegen liegt dieser Punkt B, den wir getestet haben, auf der Parabel. Testen wir das einfach noch mit einem zweiten Punkt. Und ich sage euch schon mal jetzt im Vorfeld, er wird wahrscheinlich nicht drauf liegen. Diesmal heißen die Koordinaten 5 und 5. Und auch jetzt x-Koordinate, y-Koordinate werden einfach beide eingesetzt. Was haben wir denn da? Y wird durch 5 ersetzt wegen der y-Koordinate. Die heißen jetzt beide gleich. Deswegen ist es hier relativ einfach. In jedem Buchstaben, den ihr findet, wird einfach die 5 eingesetzt. Also minus 1,5 mal 5 zum Quadrat plus 4 mal 5 minus 1. Und jetzt wird auf der rechten Seite ausgerechnet. Hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger im Kopf. Deswegen sage ich euch einfach, was rauskommt. Also falls ihr es wirklich im Kopf rechnen müsst, was ich echt nicht glaube, dann müsstet ihr da durch. Aber dann habt ihr wahrscheinlich auch einfachere Zahlen. Also da kommt minus 18,5 raus. Und hier sehen wir jetzt auch den Fall, dass auf der einen Seite was anderes steht als auf der anderen Seite. Und deswegen liegt dieser Punkt A nicht auf der Parabel. So einfach funktioniert es. Falls ihr aber trotzdem noch Fragen haben solltet, meldet euch einfach.